Herzlich willkommen zum dritten Tutorial für den Logikettetur der Firma BAB Technologie GmbH. Mein Name ist Jörg Eschke, ich bin selbstständiger Systemindikator für KNX Gebäudeautomation sowie Dozent für Gebäudeautomation im Allgemeinen. In den ersten beiden Tutorials hatten wir uns mit dem Aufbau des Logiketteturs im Allgemeinen beschäftigt, sowie mit dem Erstellen und dem Anlegen von Datenpunkten. In diesem dritten Tutorial wird es nun um die allgemeinen Grundlagen zur Erstellung einer Logikgruppe gehen. Folgende Logik ist gewünscht. Es soll die Außenbeleuchtung in der Abhängigkeit der Anwesenheitszeit, also der Betriebszeit, sowie der Außenheitlichkeit gesteuert werden. Das heißt, solange die Betriebszeit aktiv ist und solange die Außenhelligkeit unter 100 Lux ist, soll die Beleuchtung eingeschaltet, ansonsten ausgeschaltet sein. Beginnen wir mit dem Anlegen der benötigten Datenpunkte. Dazu gehen wir unter Einstellungen auf den Reiter Datenpunkte. Wie Sie sehen, sind bis jetzt keine Datenpunkte angelegt. Was benötigen wir? Wir benötigen zum einen die Betriebszeit, das heißt den Ausgang der Zeitschaltuhr. Wir benötigen die Außenbeleuchtung, das heißt das Schaltobjekt für die Außenbeleuchtung, sowie die Außenhelligkeit. Sie sehen in diesem Beispiel die ETS-Projektdaten aus einem bestehenden Projekt, das ist ein Schulungsprojekt, was eben aus acht identischen Etagen besteht. Wir nutzen hierzu einfach die Etage 1, Hauptgruppe 1 und nutzen in dem Fall die Mittelgruppe 4 und die dort enthaltene Gruppenadresse der Außenhelligkeit. Gruppenadresse 1, 4, 53. Und ziehen diese eben auf das Plus auf der rechten Seite. Wir können diesen gerade eben angelegten Datenpunkt aufklappen, indem ich vorhin auf dem Pfeil klicke und sehen dann die verknüpfte Gruppenadresse. Bisher ist nur eine verknüpft, das macht für diesen Messwert auch als einziges Sinn. Der Datenpunkttyp ist angelegt, 9.004, wurde aus der ETS übernommen. Und wir sehen, es ist ein 2-Byte-Kommunikationsobjekt. Auf der rechten Seite lässt sich nun die Datenpunktinitialisierung festlegen. Bisher wird die Statustabelle angewendet, das heißt, in den allgemeinen Einstellungen war festgelegt, dass die Statustabelle des eB-Ports genutzt werden soll. Das heißt, beim Neustart des eB-Ports würde einfach der letzte Wert, der an der Statustabelle enthalten ist, genutzt werden. Das macht allerdings in diesem Fall keinen Sinn, denn der eB-Port soll ja nach dem Start erstmal nachfragen, wie hell ist es denn gerade draußen, um eben die Logik entsprechend korrekt anzusteuern. Das heißt, wir haben eine abweichende Datenpunktinitialisierung. Wir benutzen nicht die Statustabelle, sondern fragen diesen Wert ab. Das funktioniert natürlich nur, solange die Wetterstation bzw. der Wettersensor, der uns diese Außenhelligkeit auf der KNX-Seite ausgibt, auch in der Lage ist zu antworten auf diese Anfrage. Und das geht eben durch das Aktivieren von einem Lesefleck an dem entsprechenden Kommunikationsobjekt. Als nächstes legen wir den Schaltausgang für die Außenbeleuchtung an. In diesem ETS-Projekt gibt es keine Außenbeleuchtung, daher nehmen wir einfach einen bestehenden Schaltausgang. Wir gehen dazu in die Mittelgruppe 1 und finden dort die Gruppenadresse 1126 wieder. Das ist die Beleuchtung vom Treppenhaus. Nur als Beispiel. Nehmen diese und ziehen die auf der rechten Seite zu den Datenpunkten herüber. Wir klappen sie wieder auf und sehen die verknüpfte Gruppenadresse 1126. Dieser Datenpunkt besteht nun nur aus dieser einen Gruppenadresse. Es kann für verschiedene Logiken allerdings sinnvoll sein, als mithörende Gruppenadresse eben auch den Status mit anzulegen. Und dies funktioniert wie folgt. Man nimmt die passende Rückmeldung, in dem Fall die Gruppenadresse 1129, und zieht diese direkt unter die bisher bestehende Gruppenadresse 1126. Anhand der Pfeile kann man erkennen, wie beide Gruppenadressen vom EEB-Port genutzt werden. Die Rückmeldung auf diese wird nur gehört. Das heißt, die hört er mit und diese Rückmeldung ändert eben auch den Status, also den Wert dieses Datenpunktes. Die eigentliche Schaltadresse wird vom EEB-Port eben auch dazu genutzt, um einen Wert auf den Bus zu setzen. Das heißt, dieser Datenpunkt besteht eben aus verschiedenen Gruppenadressen. Der Datenpunkt an sich ist vom Datenpunkttyp her schalten und eben ein Bit. Ich denke, das ist klar. Die Datenpunktinitialisierung muss in diesem Falle nicht angepasst werden. Zu guter Letzt fehlt noch die aktive Betriebszeit als Datenpunkt. Man könnte die jetzt als einzelnen Logikbaustein in eine Logikgruppe, also als Zeitglied anlegen, oder wir nutzen einfach eine bereits bestehende Zeitschaltuhr des EEB-Ports, also eines Jobs, und legen einfach diesen Datenpunkt hier separat an. Dazu gehen wir in dem Fall oben auf dieses Plus und sagen, wir legen einen neuen Datenpunkt an mit dem Namen Betriebszeit-Objekt. Datenpunkttyp ist ein Bit. Schalten, das passt. Was wir noch benötigen, ist eine Gruppenadresse. Der Name der Gruppenadresse wäre eben der gleiche, das heißt, wir können einfach auch als Namen eintragen, Betriebszeit-Objekt oder auch Liegenschaft zum Beispiel, und als Kommunikationsobjekt nehmen wir als einfach mal nur fiktiv als Beispiel eine Gruppenadresse aus dem Bereich des EEB-Ports, die eben zur internen Verarbeitung genutzt werden, also zum Beispiel die 18-0-1. neuen Datenpunkt erstellen und schon sind unsere drei benötigten Datenpunkttypen erstellt. Die Außenhelligkeit, die Betriebszeit des Objekts sowie unser Schaltobjekt. Als nächstes erstellen wir unsere eigene Logik. Dazu gehen wir auf der linken Seite auf Logikgruppen und erstellen eine neue Gruppe über Plusgruppe und nennen diese zum Beispiel Außenlicht. Im nächsten Moment ist diese Logikgruppe auch schon geöffnet und es lässt sich eine Beschreibung hinzufügen. zum Beispiel eben ein bei Betriebszeit aktiv sowie Außenhelligkeit unter 100 Lux. Speichern, übernehmen. Als nächstes legen wir die verschiedenen Ein- und Ausgänge an. Hierzu klicken wir auf den Button hinzufügen und legen uns zwei Werteingänge an, sowie einen Werteausgang. Die eigentlichen Logikelemente fügen wir später hinzu. Wir verschieben die verschiedenen Ein- und Ausgänge sinnvoll auf dem Arbeitsplatz, also die Werteingänge auf die linken Seite und die Werteausgänge oder den Werteausgang auf die rechte Seite. Für diese drei Objekte muss nun der passende Datenpunkt ausgewählt werden. Hierzu wählt man nacheinander die verschiedenen Objekte aus und kann auf der rechten Seite einen Datenpunkt auswählen. Man könnte auch einen neuen Datenpunkt erstellen, aber sinnvoll ist es, auf die vorhin angelegten Datenpunkte zurückzugreifen oder zuzugreifen. Und in diesem Fall benötigen wir zum Beispiel eben als einen Werteingang eben die Außenhelligkeit. Sie sehen, es wird hier dieser Datenpunkt, den wir vor uns angelegt haben, benutzt. Die abweichende Datenpunktinitialisierung ist hier auch eben natürlich vorgesehen. Führe ich jetzt hier Änderungen aus, wirken sich diese Änderungen auf die Einstellungen des Datenpunkts im Allgemeinen, also global für den Logik-Editor aus. Der andere Werteingang soll in dem Fall die Betriebszeit des Objekts sein. Und als Wertausgang lege ich eben diese Treppenhausbeleuchtung in dem Falle an. Wie sind diese drei Objekte nun zu verknüpfen? Erinnern wir uns noch einmal an die gewünschte Logik? Die Beleuchtung sollte geschaltet werden, wenn die Betriebszeit aktiv ist, sowie die Außenhelligkeit unter 100 Lux. Um dies zu realisieren, benötige ich als allererstes Mal einen Vergleiche für die Außenhelligkeit. Dazu gehe ich auf Hinzufügen und füge eben einen Vergleiche hinzu. Schauen wir uns dieses Element mal etwas genauer an. Wir haben drei Eingänge. Der erste Eingang ist das Gate. Über das Gate lässt sich diese Bausteine aktivieren oder deaktivieren. Über eine 0 würde er deaktiviert werden, über eine 1 würde er aktiviert. Man kann auf der rechten Seite einstellen, in den Einstellungen. Was soll denn passieren, wenn er aktiviert wird? In dem Fall würde nichts passieren. Ich könnte aber auch sagen, okay, dann sende bitte deinen aktuellen Wert, also deinen aktuellen Ausgang. Wir werden diesen Eingang, also dieses Gate, nicht benutzen. Als nächstes haben wir zwei Eingänge. Eingang 1 und Eingang 2. Wir nehmen uns die Außenhelligkeit und verknüpfen diese, also diesen Wert der Außenhelligkeit, mit dem Eingang 1. Der Vergleichswert lässt sich nun entweder über ein weiteres Kommunikationsobjekt variieren oder man legt diesen eben manuell fest. In unserem Fall sollen das diese 100 Lux sein. Aufpassen muss man hier auf den passenden Datenpunkttyp. Hier ist festgelegt, dass dieser eben zum Beispiel Ganzzahl ist. Dieser muss natürlich mit dem Datenpunkttyp der Außenhelligkeit irgendwo übereinstimmen. Und die Außenhelligkeit wird als Fließkommawert eben gesendet. Also muss auch der Vergleichswert in dem Fall ein Fließkommawert sein. Wie sind jetzt diese beiden Eingänge miteinander verknüpft? In dem Fall steht hier größer gleich. In unserem Fall ist aber ein kleiner gleich nötig oder ein kleiner als wäre auch möglich. Das heißt, wir wollen ja, dass der Ausgang dann eine 1 ist, wenn der Eingang 1, also die Außenhelligkeit, kleiner ist eben als diese 100 Lux. Der Vergleicher ist somit eingerichtet. Als nächstes muss ich die Außenhelligkeit mit der Betriebszeit zu verknüpfen, sodass nur wenn beides aktiv ist, die Außenbeleuchtung eben geschalten wird. Hierzu füge ich ein weiteres Element hinzu. In diesem Fall eine binäre Logik. Ich ziehe diese binäre Logik etwas an die korrekte Stelle und stelle erstmal ein, um was für eine Logik handelt es sich denn. Das geht, werden wir wieder nicht benutzen. Also muss ich mir auch um das Verhalten bei der Aktivierung keine Gedanken machen. Und die logische Verknüpfung der Eingänge ist in diesem Fall keine Oder-Verknüpfung, sondern eben eine Unverbindung. Wie viele Eingänge sind vorhanden? Wir haben zwei, könnten aber auch wesentlich mehr hier anlegen. In unserem Fall reichen zwei. Als Eingang 1 verbinde ich den Vergleicher per Drag & Drop. Als Eingang 2 verbinde ich die Betriebszeit des Objektes. Ich kann durch die Pfeiltasten diese verschiedenen Elemente, die hier vorhanden sind, etwas verschieben, sodass es eben ein sauberer Aufbau, oder dass das Ganze einen sauberen Aufbau ergibt. Zu guter Letzt muss ich noch den Ausgang unserer Logik mit meiner Beleuchtung eben verbinden. Also mit meinem Werteausgang. Und schon ist die Logik an sich fertiggestellt. Was hier noch berücksichtigt werden muss, ist, dass derzeit keine Hysterese wirkt, beziehungsweise keine Verzögerung wirkt. Das heißt, sollte die Ausländigkeit um einen gewissen Wert, eben um die 100 Lux, aus welchem Grund auch immer, schwanken, würde das in diesem Fall eben zum ständigen Hin- und Herschalten führen. Das heißt, man könnte diese Logik noch optimieren, indem man eben eine Verzögerung hinzufügt oder eben eine Hysterese über einen Schwellwert. In größeren Logiken ist es sinnvoll, diese Logikelemente auch noch zu kopieren, um eine gewisse Übersicht zu erhalten. In diesem Fall ist es vielleicht nicht zwingend nötig, allerdings möchte ich Ihnen zeigen, wie es funktioniert. Wir ziehen einen Rahmen um alle Elemente, machen einen Rechtsklick und erstellen eben, oder kopieren diese Logikelemente. Nennen wir das in diesem Fall eben, Außenlicht. Okay. Und schon können wir eben dieses Element, Außenlicht, komplett verschieben. Unsere Logik ist nun fertiggestellt. Wir können das Ganze nun erst einmal abspeichern. Übernehmen. Die Logik ist nun gespeichert, allerdings ist sie noch nicht aktiv. Man kann es sehen unter der aktuellen Ansicht. Wir sehen, dass wir derzeit in der Arbeitskopie sind, das heißt, die, die bearbeitbar ist. Und auf der rechten Seite, Online, ist ein durchgestrichenes Auge zu sehen, und es ist grau unterlegt. Das heißt, diese Logik ist noch nicht aktiv. Um dies zu aktivieren, müsste ich auf den Button Aktivieren klicken. Allerdings ist es manchmal sinnvoller, so eine Logik vorerst zu testen. Und dafür gibt es in dem Fall den Simulationsmodus. Wir können diesen aktivieren. Und haben nun die Möglichkeit zu schauen, was passiert denn, wenn die Außenhelligkeit einen gewissen Wert einnimmt, beziehungsweise die Betriebseite des Objektes ein- oder ausgeschaltet wird. Fangen wir dazu an mit der Betriebseite des Objektes. Wenn ich auf Wert senden klicke, kann ich jetzt sagen, soll das Ganze gerade aktiv sein, ja oder nein. Die Zeitscheidung soll jetzt gerade eben aktiv sein. Das Ergebnis war in dem Fall eine 1. Diese 1 liegt bei unserer Unverknüpfung an. Der Ausgang in dem Fall ist natürlich eben eine 0, weil die am Eingang 1 noch keine 1 anliegt. Stelle ich jetzt die Außenhelligkeit ein, auf zum Beispiel 80 Lux übernehmen. Dann wird das Ganze verglichen mit unseren 100 Lux. Der Ausgang ist in dem Fall wahr. Die binäre Logik ist in dem Sinne auch wahr. Also ist dann auch die Beleuchtung in dem Fall eingeschaltet worden. Ändere ich die Außenhelligkeit jetzt wieder ab. Das heißt, wird es zum Beispiel morgens dann immer heller. Wird irgendwann dieser Schwellwert wieder überschritten. Die binäre Logik wird 0 und somit wird auch die Beleuchtung dann in dem Falle ausgeschaltet. Sie sehen, die Simulation funktioniert, beziehungsweise unsere Logik funktioniert. Einen kleinen Haken hat diese Logikruppe allerdings doch noch. Und dieser kleine Haken kann schon drastische Auswirkungen haben. So würde jedes Mal dann, wenn ein neuer Helligkeitswert auf den Bus gesendet wird, der Vergleichsbaustein das Ganze neu berechnen, das Ganze ausgeben und auch die binäre Logik würde das jedes Mal neu senden. Das heißt, immer dann, wenn an einem Eingang ein neuer Wert anliegt, wird der Ausgang neu berechnet und gesendet. Ich kann Ihnen das mal demonstrieren. Die Außenbeleuchtung ist derzeit ausgeschaltet, weil wir über 100 Lux sind. Jetzt steigt die Beleuchtung weiterhin an, auf zum Beispiel 150 Lux. Und was wird passieren? Es wird erneut dieser Wert auf den Bus gesendet. Das heißt, die Beleuchtung wird erneut ausgeschaltet und erneut ausgeschaltet. Um das zu vermeiden, müsste ich hier einen Filter einsetzen, der sagt, okay, nur der wechselnde Wert soll hier überhaupt übermittelt werden. Das heißt, nicht jedes Mal die neue 1, sondern entweder eine 1 oder eine 0 immer im Wechsel. Wie funktioniert das? Dazu deaktiviere ich erstmal den Simulationsmodus und füge ein sogenanntes Tool hinzu. Diese Tools sind kleine Bausteine, die uns in so einem Fall sehr nützlich sein können. In dem Fall nutzen wir den Binärfilter und ziehen diesen einfach an diese Verbindungslinie zwischen der binären Logik und dem Werterausgang. Dieser Binärfilter dient dazu, zu entscheiden, was soll überhaupt gesendet werden und übermittelt werden. Und derzeit ist es schon korrekt eingestellt, ein wechselnder Wert, immer nur das Hin und Her. Das heißt, bei der Eingang einer 1 und es kommt nochmal eine 1 rein, wird es gar nicht gesendet, sondern immer nur dieser Wechsel von 1 zu 0, beziehungsweise von 0 zu 1. Oder soll jedes Jahr übermittelt werden, also jede 1 oder jede 0. Oder der Wechsel von 0 zu 1 oder der Wechsel von 1 zu 0. Also steigende oder feierende Flanke. Das heißt, man hat mit diesem kleinen Tool viele Möglichkeiten, das Verhalten der Logik zu beeinflussen. So, testen wir das nochmal. Das heißt, wir aktivieren den Simulationsmodus, senden eine 1 auf der Betriebszeit und anschließend einen Helligkeitswert von, sagen wir mal wieder, 80 Lux. Sie sehen, der Ausgang wurde entsprechend eingeschaltet. Sende ich erneut einen Helligkeitswert. Also der Helligkeit sinkt weiter herab, sagen wir 60 Lux. Und klicke hier auf Übernehmen. Dann wurden zwar die binäre Logiken der Vergleiche neu berechnet, allerdings hat diese kleine Binärfilter hier eben diese erneute 1 blockiert und es kam nicht zu einem erneuten Einschalten der Beleuchtung. Somit ist unsere Logik jetzt eben sinnvoll nutzbar. Über den Button Historie kann man die Entwicklung der Logik verfolgen und in frühere Schritte dieser Logik zurückspringen, um diese zum Beispiel eben wieder zu aktivieren. Über den Button Mehr gibt es die Möglichkeit, eben zum Beispiel eine Logikgruppe zu duplizieren, als auch sie zu exportieren oder zu importieren. Das heißt, ich erstelle eine Logikgruppe und benutze sie für andere Projekte oder auch eben für das gleiche Projekt zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Dazu einfach auf Exportieren klicken. Es wird angezeigt, was alles exportiert wird und das Ganze eben als Datei abspeichern. Nun steht diese abgespeicherte Datei für andere Projekte usw. zur Verfügung. Unter www.logikeditor.de steht Ihnen eine stetig wachsende Anzahl von vorgefertigten Logikgruppen zum Download zur Verfügung. Und damit sind wir am Ende dieses Tutorials angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und würde mich freuen, wenn ich Sie zu den nächsten Tutorials wieder begrüßen dürfte. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.